Glückbarkeit zu zeigen ist mir immer schwergefallen. Ich weiß nicht, was Linda und meine Mutter alles für mich getan haben. Ich kann es sowieso nie wieder gut machen. Sie hätten Besseres verdient. Ja, weiß ich nicht, wie man das so sagen kann. Aber... Hey! Letztendlich kannst du ja nichts dafür. Okay. Sag mal, tut dieser große Block auch den Schalter aktivieren? Ja, tut er, ne? So wie es aussieht. Die Frage ist nur, wie komme ich da durch? Ach so, ja klar. Hoch, runter, rechts. Natürlich. Das war ja einfach. Das war eher nicht so einfach. Was zum Hänkern? Da geben wir den Block. So. Jetzt hätte ich gerne einen neuen Block, mit dem ich nach oben falle. Genau so. Klappt das? Ui! Uiuiui. Das war ja... Das war ja elegant. Meine Gedanken kreisen nur noch um mich selbst. Fallen und Rätsel sind sie. Fallen und Rätsel. Aha, interessant. Bewegt sich das jetzt da unten? Jetzt ja. Ah, es bewegt sich so lange nicht, wie ich drauf bin. Okay. Und was machst du? Ach, du machst genau das Gleiche. Joa, dann wechsle ich doch mal die Straßenseite. Und ich glaube, ich möchte an dieser Stelle, dass die Sphäre nach unten geht, ne? Nicht nur an der richtigen Stelle, sondern auch in die richtige Richtung muss sie gehen. Damit ich dann nach unten, nach rechts raus kann. Genau so. Joa, das war ja einfach. Erstmal speichern. Sicher ist sicher. So, wie viel brauche ich den? Muss der hier hin? Nein, muss er nicht. Der muss hoch. Der muss nach oben. Da hin, oder? Denke ich mir so zumindest. Oder nicht? Ne, warte mal. So, Unsinn. Ich brauche den hier. Damit ich da rein kann. Genau. So müsste das funktionieren. Was? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Okay, da gebe ich mir mal eine 9. Und der geht hier runter. So, wie kriege ich jetzt? Naja, so natürlich, ne? Was? Was? Oh Mann, da war so dunkel. Okay, das war verdient. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich hier machen muss mit dem ersten Block, den ich mir hole. Also mit dem hier. Ich meine, klar, der muss da hoch. Und dann brauche ich... Den Block. Warte mal. So will ich das. Ja, ist okay, ist okay. So will ich das. Und der da. Was macht der jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn ja mal nach unten holen. Und... Dann habe ich es versaut. Oder nicht? Doch, habe ich. Ja. Hm. Was mache ich mit dem? Bin mir nicht sicher. Ich baue das Ganze nochmal auf. Und schaue mir das Ganze nochmal an. So, einmal. Hm. Okay, so geht's. Kann ich hier rüber Auslauf holen. Äh, Anlauf holen. Genau. So. Und jetzt muss die Kiste... Ah, ich glaube da rüber, ne? So wie das aussieht. Ach so, ja klar. Einfach so. Das reicht ja schon. Ich depp. Beziehungsweise einfach so halt, ne? Sollte das so sein? Zwergesel? Sag an. Ich glaube nicht. Und dann kann ich hier rüber. Jetzt habe ich nur das Problem... ...dass das Ende... ...dass der Levelausgang zu weit links schwebt. Und ich hier nicht lokal nach oben kann. Und wie kriege ich hier nach rechts? Ich kriege hier nach rechts, indem ich nach links laufe, ne? So war das. Genau. Und dann müsste er jetzt hier rüber kommen. Ja, sehr schön. Und mit diesem wunderbaren Rätsel-Level geht's dann nächstes Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und das hier ist mal wieder ein neues Element, ne? Dass man diese Felder an- und ausschalten kann. Finde ich gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!